... ... ... ... Hey Digga, hat KFC heute offen? Tch Oh, achso, ja Gericht und so Mann, war das ne Woche Ja, ich wurde gedemütigt und wurden so wieder Filme gemacht Ja, als wärst du Britney Spears ... ... Und was war vor zwei Wochen, als du ohne mich zur Big TD Convention gegangen bist? Äh, äh, erstens Gov TD Convention, zweitens Die Verhandlung geht weiter, glaub ich Die Angeklagten und ihre Zeugen sind sowas von wack und ich hab keine Ahnung warum die überhaupt noch hier sind Und Ghostbusters 2 ist ein guter Film? I don't care Sorry, ich hab grad die Aufmerksamkeit Okay, fertig Jetzt knipp's ihn aus Das nächste Mal bei ... 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